Moin moin, ein, zwei Worte von mir zu dieser Aufbewahrungsbox für die Uhren. Das ist das Stück, kommt aus Holz, hat hier diese leichte Schnalle, die auch ein bisschen einrastet. Und anschließend können wir das Ganze öffnen. Ist hier alles mit so einer Art Filz verkleidet, das ist sehr angenehm. Wir haben sauber angebrachte Verschläge, das ist auch ganz schön. Wir schauen uns erst mal das Ganze an. Kommt mit den typischen Polstern, auf die man Uhren packt. Das Ganze ist relativ flexibel, also wenn der Hals mal ein bisschen engeres Handgelenk hat und das vielleicht nicht ganz zugeht, kann man das Ganze gut stauchen. Und dann ist das hier auch noch wunderbar einsetzbar. Ich habe jetzt hier mal ein paar von meinen Uhren drin. Und ja, im Endeffekt sieht man alle, egal wie groß die tatsächlich sind und das für eine Modellart, das passt ganz gut. Der hier hatte ein bisschen Schwierigkeiten, aber das liegt daran, dass es so ein dickes Lederarmband ist. Aber trotzdem möchte ich das da auch reinbekommen und das sitzt jetzt da ganz gut drin. Und ja, ansonsten kann man gar nicht so viel dazu sagen. Ist soweit genau das, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann alles sehen, was hier drin los ist, weil ich mal was suchen sollte. Es wird Staub nicht ein, es ist sauf verpackt. Und wenn ich das kippe, hält das Ganze auch trotzdem ganz gut. Dementsprechend ganz solide Box. Und dann geht's. Und dann geht's.